Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Feeds Beasts Infinity Evolved Expert Mode Skyblog Es ist wieder einiges an Vorbereitung geschehen Hier seht ihr mittlerweile das verarbeitete Uran Hier mittlerweile das fertige Uranium Nuclear Fuel Bei der Mobfarm hat sich einiges getan Boah, warte mal ganz kurz, ich gehe erstmal kurz ins Haus um den Regen wegzumachen Da geht mir gerade ein bisschen dezent auf die Nüsse hier Ne? Habt ihr Verständnis für? Na, hallo So Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel gemacht, es ist wirklich Ja, einiges hat Produktivität drübergekommen, würde ich es mal nennen So, da sieht man es schon, ich habe mittlerweile zwei Drums voll mit Liquid XP Anscheinend drei Boah, warte mal Was ist denn eine Auswirkung hier? Du auch, so Äh, was haben wir hier drin? Ja, wir haben schon wieder eine Trophy und mittlerweile 59 Wizzerskulls Das ist krass So So Hier habe ich jetzt mal die ganzen Mox-Tools reingetan Hier haben wir so ein bisschen verzauberte Rüstungen und so weiter Die wollte ich komplett hier einsortieren Ja, es ist auf jeden Fall ordentlich was drübergekommen Hier habe ich jetzt mal komplett alles auf Emerald Upgrades gemacht, weil mittlerweile einmal sich Ich glaube Alu war es, hatte sich angestaut, ja Hatte sich hier angestaut und da lag hier alles auf dem Boden So, also speichermäßig sollten wir jetzt was abgedeckt sein Und dann gehen wir jetzt mal hier rüber So, einmal das wegschmeißen Hier, unser neuer Atomreaktor Unser neuer Atomkopfwerk Hier mit so zwei Kammern Für normale Reaktoren Also mit, was heißt das normal Für Uranium Nukleatoren Der ist aber noch nicht fertig Den muss ich noch fertig machen Aber der hier Der ist soweit fertig Der ist komplett aufgerüstet mit Reaktor Platings Overclocked Heat Vents Component Heat Vents Und ein Component Heat Exchanger So Wofür ist der jetzt ausgelegt? Nicht für die normalen Fuel Rots Wir können hier sofort sieben Quad Fuel Rots reinpowern Muss ich halt hier nur noch Ähm Ups Was ist jetzt los? Okay Nicht für's So Muss ich hier nur noch eine kleine Funktion reinmachen Dass hier die Depleted Cells auch hier reingehen Hier auf der Seite kommen nochmal zwei Reaktoren hin Aber Hier würde ich dann gerne mit Mox Reaktoren arbeiten Was sind jetzt Mox Reaktoren? Ähm Wenn wir uns mal die Fuel Rots anschauen Gibt es einmal hier die Äh Oranium Fuel Cells Äh Fuel Rots Und es gibt hier Fuel Rots Mox Und Mox ist nichts anderes als Oranium 238 mit drei Plutonium Und über diese Reaktoren Kriegst du so gesehen Das doppelte Plutonium raus Was Was wir hier anschauen So eine Depleted Fuel Rots Äh Quad Fuel Rots Oranium Bringt uns vier Tiny Piles So Also bräuchten wir Zwölf Ähm Hier zwölf Plutonium Drei Put pro Fuel Rots Und pro Quad Fuel Rots brauchen wir Zwölf So Und aus einer Depleted Kriegen wir die zwölf wieder Und vier Bonus Das heißt Da wir Uranium Das normale Uranium hier Das ähm 2,38 Das scheißen wir ja Wir Moment Ich sag das mal ganz kurz Wir kriegen aus Einem Äh Hier Kommt das Crush Uranium rein Und dieser wird sich dann Dann wird jetzt hier noch so ein Pulling Upgrade bekommen Dass der von der Seite jetzt rein zieht Vielleicht mach ich Ne Ja das Das werde ich so machen Dass ich vielleicht doch noch so ein Kabel einfach so mache Wie so ein Item Duck Das wird dann in die O-Washin-Plant gehen Der wird dann hier Stonedust und Tiny Piles da reinschicken Und das ähm Purified Crush for Uranium geht dann sofort über dank dem Ejector-Akkurate rüber in die Firmen-Sanfifurge Das wird dann Moment Hier weiter geschickt in die beiden Caches Und die haben dann hier hinten noch ein Kabel Sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht Das dann hier rüber geht in den Cycle-Gesambler Der bekommt dann hier noch eine Schematik Mit dem Rezept Und gibt das nach unten ab Hier fehlt jetzt noch etwas Da fehlt noch eine Canning Machine Die habe ich noch drüben stehen Dann hier drüben Werde ich Jede Menge Eisen und Copper rein tun Weil hier kommt Copper rein für die Platten Hier Eisen für Platten Das wird dann runter geschickt Für die Fuelboards Für die hier Da braucht man eine Iron Plate Das geht dann erstmal hier rein Copperplates werden dann sofort darüber gehen Die normalen Fuelboards hier auch Und dann werden wir hier das Rezept rein machen für die Quad Fuelboards Die dann hier drin gespeichert werden Und dann sollte es alles rausgezogen werden Okay So Ich mache dann jetzt erstmal Ich habe mal so ein paar Fuelboards schon mal fertig gemacht Also die Die näheren So Zwei Stacks Dann holen wir uns jetzt einmal hier So Ahja Hier habe ich auch nochmal den Fehler gefunden Und zwar Anscheinend Bug der Electric Kinetic Generator Mit den F4Wire Connection von Immersive extrem rum Deswegen habe ich einfach eine Bedbox zwischen geschaltet Und der hat dann jetzt auch Energie Das heißt wir können jetzt jederzeit hier anfangen So Hier ist Fuelboard Oranium Und Wir bekommen Unsere ersten Oranium Fuelboards Ja Sehr schön Nummer 1 Und Da kommt schon die Nummer 2 4 Stück brauchen wir Da kommt schon die Nummer 3 Und So Und So Hier habe ich auch schon So Und War das richtig jetzt? Ich glaube falsch Genau War falsch War falsch richtig So Dann können wir einmal Den hier machen Und Können schon mal eine Quad Fuelboard hier rein schicken Und wir generieren 60 EU-Protek Das heißt hier sollte sich jetzt langsam alles auffüllen Jawoll Aber Ich mache dann mal hier Blut aus Habe ich für beide Seiten gemacht Mit Äh Red Aloe Weyer Weil ich will jetzt erstmal hier den Reaktor komplett voll machen Ja komm machen wir mal so und so Weil ich habe eigentlich gerade keine wirkliche Lust schon dazu ganze zu verschwenden Mache ich mal ganz kurz so Wir werden auf jeden Fall noch zwei Servus holen Da ist Nummer 3 So So Ja komm Da kann nochmal rein Wenn ich jetzt mal anschalten würde Sollten wir schon 180 EU-Protek kriegen Jawoll Das Problem ist Das ganze ist noch ziemliche Verschwendung Einige könnten jetzt meinen Äh du hast doch 180 EU-Protek aber du kriegst doch nur 128 Euro über die Kabel Nein Das ist ein Trugschluss mein lieber Herr Denn Über den Expat Mode Also generell in dieser Version Haben die Kabel Die normalen Copper Kabel Eine Unendliche Übertragungsrate Und die Maschinen fliegen nicht in die Luft So jetzt würde ich einmal ganz gerne Den brauche ich eigentlich gerade gar nicht mehr Wo kommen wir hier aus Ah Hier Dann mache ich einmal hier ein Kabel rauf Weil ich wollte auf jeden Fall noch schauen Können wir das Nein Nein Das macht man nicht Äh Das tue ich jetzt generell mal hier rein Wir werden auf jeden Fall heute noch eine Energy Cell machen Na du kommst auch da rein und ihr auch So immer schön weiter Fuelboards Wir fallen unsere Atomkraft auf Äh was Ah Entschuldigung ich hab da mehr sowas Ne Haben Ich kann ja in der Zwischenzeit mal schauen Äh Servo Ich will nur überlegen Was hat der für eine Extraction Rate 0,5 Na gut dann machen wir das sogar Dann gönnen wir uns ein paar Ender Also Resonant Teile Enderium habe ich ein bisschen was vorbereitet Äh Hand Glass Äh Ja komm das kann hier erstmal rein So So wir brauchen noch ein bisschen Redstone und Iron Nuggets Und dann sollten wir schon Ein paar Resonant Servus haben So So hier dann einmal ganz kurz Äh Die Teile Ah das geht das nicht Ähm Machen wir anders Machen wir erstmal hier nochmal zwei Stück So Und dann sagen wir hier Die hier Blacklist und Ignore Metadata Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Äh Das hat jetzt gerade Perfekt funktioniert Äh Ja scheiße Muss ich das Doch anders machen Muss ich doch sagen dass nur Die rausgezogen werden Also die Fettigen So einmal kurz Test Jawoll Alles klar Core Temperatur ist bei 0% Sehr schön Jupp Also einige könnten hier zwar open Ja du willst doch eigentlich dass die Temperatur hoch geht Normalerweise ja Bloß Ein Problem ist Ich finde der Oranium ist zu unkontrollierbar Da ist der Mox Reaktor Der Mox Reaktor besser So nehme ich das mal kurz als Müllhalde Weil wir haben noch was anderes vor Ich würde gerne zum Energiespeicher Energiespeicher Vier MFEs machen Warum vier Stück Weil MFEs Für einen Energiespeicher von EU Am Anfang Ziemlich günstig sind Nicht mal so Und so Einmal Plätze sollten wir jetzt genug haben Wie viele kriegen wir da raus? Äh Vier Stück Vier Stück Das sollte zwar schon reichen Dann brauchen wir Energie am Last Ja das war jetzt ja klar Ist das richtig? Jawoll Das können wir einfach reinrotzen Das können wir einfach reinrotzen Dann brauchen wir Iron Chipsets vier Stück Und Iron Plates Weil wir brauchen auch die Basic Machine Casings Da haben wir die Cable So 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 und so Und ich würde sogar sagen Können wir eine Resonant Energy Cell machen Das ist kein Thema Das ist kein Thema Das auch nicht Ähm An sich Ist das schaffbar Ja dann machen wir noch eine Resonant Energy Cell Ah ja ich bitte auch um zu entschuldigen wenn ich mal so ein bisschen schniefe Ich bin momentan so ein bisschen verschnuppert Wo Hätte ich gewusst dass diese Teile sich nicht decken lassen hätte ich das auch für ihn vorbereitet Also hier nochmal ein kleines Sorry Machen wir vielleicht ein großes raus Äh Ich glaube das wird sogar nicht reichen Eine MFW haben wir schon mal die würde ich schon mal anschließen Ja perfekt Müssen wir nur noch so rumdrehen Und dann können wir den Reaktor auch einschalten Weil dann sollte sich jetzt hier auch was einspeisen Jawoll Sehr schön So Das läuft auch schon schön weiter Boah hätte ich nicht gedacht dass das so super läuft Aber ich kann euch sagen hier die ganzen Heat Exchanger zu craften und so weiter Das ist ein Krampf Kann ich mal ganz kurz zeigen Heat Also der hier Da brauchen wir so die Motoren Die meiner Meinung nach scheiße zu craften sind mit den ganzen Copper Cable Ähm dann brauchen wir für die Teile brauchen wir die Copper Version und wir brauchen die Gold Version Das heißt wir haben verdammt viel rausgehauen Der Heat Exchanger hier der war eigentlich kein Thema Weil wir den ja auch noch einmal brauchen Okay eine MFW würden wir sogar noch fertig kriegen Ja das füllt sich jetzt hier auf So wie sieht das hier aus Ja das sieht super aus 420 Euro pro Tick Und ich sag jetzt mal ganz ehrlich Ohne zu übertreiben Das hier ist ein Witz Mit dem Mox Reaktor den ich hier designt habe Ähm da habe ich auch Das hier habe ich auf Habe ich mal kurz gegoogelt Habe auf Ingo Und Hier sieht man auch so ein bisschen Ja die kriegen so ein bisschen Verliehen so ein bisschen am Schaden Aber das ist nicht schlimm Das füllt sich sofort hier auf So Die Mox Reaktoren den ich designt habe Ähm Produzieren das dreifache Es ist schon verdammt heftig Also Überreaktoren Mox Ich hätte nie gedacht Dass die Teile so mächtig sind Ich habe dann halt nur so gesehen Ja gut Reaktor Dieses Design habe ich damals auch Benutzt beim Infinity Was ich meinem lieben StreetDigger gezockt hatte Also so privat Aber dass es so heftig ist Hätte ich nie erwartet 420 Euro pro Tick Sinneschlecht Ich glaube das Ganze musst du mal 4 nehmen Dann hast du die IRF Anzahl Ja Einen kriegen wir noch zusammen Eine MFE Hier haben wir noch ein paar Fuel Watts Gut Dann würde ich sagen Machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge Eine Resonant Energy Cell Und vielleicht können wir mal die Energieversorgung Äh nicht die Energieversorgung Die Erzgenerierung Ein bisschen hoch pushen Mit Fortune Upgrade oder so weiter Ich mach dir eine MFE noch auf Sinn fällig Und vielleicht noch ein paar Fuel Watts Würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dahin Tschüss